Herzlich willkommen liebe Hey Fiffi Zuschauer. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Mein Name ist Dagmar Spillner und wir sind hier in der Osteroder Haustierakademie. Das heutige Thema ist, im Auto zu warten, bis der Mensch das Signal gibt, dass der Hund aussteigen kann. Ausgesprochen nützlich und auch wirklich gefährlich, wenn der Hund das bisher nicht kann. Ich freue mich auf die nächsten Sequenzen. Gehen wir einfach mal davon aus, dass euer Hund dieses Verhalten bisher noch nicht beherrscht und die Tendenz hat, wenn sich der Kofferraum öffnet, wenn sich die Hintertür öffnet, wenn sich die Boxentür öffnet, unkontrolliert, einfach nach draußen zu springen. Das ist ein guter Ausgangspunkt. Der erste Schritt in unserem Training ist, dass wir versuchen, den Hund gar nicht so viel falsch machen zu lassen. Manchmal müssen dafür Managementmaßnahmen eingesetzt werden. Das heißt, es kann sein, wenn der Hund in einer Box untergebracht ist, dass ich mich so davor stelle, dass er sich nicht einfach rausquetschen kann. Es kann sein, wenn der Hund frei im Kofferraum sitzt und ihr öffnet die Klappe und der Hund hat die Tendenz, einfach loszustürmen, dass ich vorher eine Leine anbringe und den Hund durch eine Person, die auf dem Rücksitz sitzt oder das Fixieren der Leine tatsächlich daran hindere, einfach auszusteigen. Und der nächste Schritt ist, dass wir, sobald wir einen Hörkontakt zum Hund haben, also sobald wir einen Spalt im Kofferraum oder die Hintertür öffnen, wir anfangen zu markern und hochwertiges Futter zu füttern, sodass der Hund einfach die Tendenz hat, dort zu bleiben und zu fressen, statt einfach nach draußen zu springen. Wenn ich auf equivalente